Willkommen bei OptiStore. In diesem Video zeige ich den Aufbau von OptiStore Web und gebe eine Übersicht, was bei OptiStore alles gemacht werden kann. Los geht's! Direkt nach dem Login bei OptiStore Web landet man im Katalog. Der Katalog bietet eine Übersicht an Standardartikeln, die zusätzlich zu den Einlagen noch mitbestellt werden können. Dieser Bereich hier variiert je nach Vertriebspartner, von dem Sie die Logindaten erhalten haben. In diesem Fall hier haben wir Standardeinlagen und auch Kofferlösungen, die hier zusätzlich mitgeordert werden können. Mit einem einfachen Klick auf das Bild landet man in den Unterkategorien, kann sich so durchklicken, bis man beim Artikel gelandet ist und kann diesen dann zusätzlich zu den Einlagen in den Warenkorb legen. Der zweite Bereich auf der linken Seite im Untermenü ist das Archiv. Im Archiv sind alle Einlagen, die bereits im Unternehmen erstellt worden sind, abgespeichert und können hier nochmals kontrolliert und neu bearbeitet werden. Das Archiv teilt sich in mein gesamtes Unternehmen, sprich alle User, die einem Unternehmen zugeordnet sind. Durch das Anklicken einer Einlage im Archiv öffnet sich die Detailansicht, auf der linken Seite die Planungsansicht und auf der rechten Seite die detaillierte 3D-Ansicht. Mit einem Klick auf Editieren öffnet sich dann der Editor und die Einlage kann neu bearbeitet und verändert werden. Der Editor ist auch schon der dritte Menüpunkt und das ist das Herzstück von OptiStore. In diesem Bereich können Einlagen geplant und designt werden. Hier können Konturen auf die Einlage hinzugefügt werden. Es können Werkzeuge, die bereits vorab digitalisiert worden sind, ganz einfach auf die Einlage gezogen werden und von hier verplant werden. Der vierte Menüpunkt auf der linken Seite ist der Warenkorb. Hier werden alle Artikel angezeigt, die davor im Warenkorb zwischengespeichert wurden. Durch ein einfaches Anklicken der Position kann hier Menge und Bemerkung angepasst werden. Auf der rechten Seite noch den Bestellgegenstand einzagen, auf Weiter klicken und schon wird eine Übersicht angezeigt, in der man entweder direkte Bestellung auslösen kann oder, falls dies von der Einkaufsabteilung gefordert wird, ein Angebot anfordern kann. Im fünften Menüpunkt den Bestellungen werden alle Bestellungen und alle Angebote im Überblick angezeigt. Ein Angebot einfach anklicken und links unten über Bericht anzeigen, das PDF generieren und, falls benötigt, am PC speichern oder direkt ausdrucken lassen. Das war eine Übersicht über alle Funktionen in OptiStar Web.